Einen schönen guten Morgen, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei Bursadady.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Morning Call für Freitag, den 28. Juni. Gut, und wir beginnen am heutigen Freitag zunächst wieder mit der Seite von sentimentrader.com und dem STEM-Indikator für den S&P 500, der für den kurzfristigen Vollauf wichtig ist. Da können wir sehen, dass wir hier im Bereich um die grüne gestrickelte Markierungslinie wieder nach oben abgedreht sind, und uns aktuell in der Mitte dieser Range befinden, im Bereich von ungefähr 50 Punkten, also genau in der Mitte zwischen der grünen und der rot gestrickelten Markierungslinie und damit noch Platz nach oben haben. Wir könnten also noch weiter ansteigen, bevor dann kurzfristig eine erneute Korrektur eventuell stattfinden könnte im S&P 500. Das bedeutet, dass wir noch etwas Luft nach oben haben. Wir kommen dann hier zum 4-Greed-Index, der mittlerweile in das Quantil neutral angestiegen ist. Wir lagen ja zuvor eine längere Zeit hier im Quantil 4. Aktuell notieren wir bei 46 Punkten und könnten möglicherweise nun die Aufwärtsbewegung starten von den Bereichen 4 und Extreme 4, in denen ja üblicherweise ein Verlaufstief erreicht wird, und dann weiter ansteigen Richtung der Quantile-Greed und Extreme-Greed. Wir kommen dann zum Tagesschart im S&P 500. Dann notieren wir weiter etwas über dem 10er EMA, was ja de facto bullisch zu werten ist. Solange wir hier die Linie nicht nach unten durchbrechen, ist dann eher mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Trading kann in diesem Fall sehr einfach sein. Wir befinden uns außerdem hier über der Unterstützung bei 5.450 Punkten und könnten nun mittelfristig weiter Kurs nehmen auf die Marke von 5.500 Punkten und dann auf die Marke von 5.580 Punkten, wo sich dann die nächste wichtige Widerstandsmarke befindet. Der Aufwärtstrend ist hier weiterhin klar intakt und auch die gerade gezeigten Indikatoren, der 4-Greed-Index und der STEM-Indikator, deuten an, dass wir noch deutlich Luft nach oben haben im S&P 500, sollten wir aber doch hier unter 5.450 Punkte fallen, was sich und etwa hier deckt mit der Unterstützung und dem 10er EMA, dann dürften wir höchstwahrscheinlich dann erneut die untere Trendkanalbegrenzung anlaufen. Auch dann wäre aber langfristig der Aufwärtstrend weiterhin intakt und wir könnten dann möglicherweise genauso wie bereits zuvor hier einen erneuten Abprall durchführen an der unteren Trendkanalbegrenzung und dann mittel- bis langfristig weiter ansteigen. Zu beachten ist im Tagesschart auch die Ichimoku-Wolke, die sich hier nach oben ausdehnt und für den langfristigen Kursverlauf gilt ja, dass wir erst mit einem langfristigen Abwärtstrend zu rechnen haben, sobald wir hier die Wolke nach unten durchbrechen und da haben wir auch noch sehr viel Raum nach unten und außerdem die sich ausdehnende Ichimoku-Wolke hier nach oben in Zukunft. Insofern ist es eher unwahrscheinlich, dass wir hier vor einem langfristigen Kursrückgang stehen. Ich rechne also eher damit, dass wir möglicherweise eine Korrektur durchführen können, demnächst möglicherweise stehen wir hier noch vor einem erneuten Hochlauf und dann in der Folge wird ein Verlaufshoch erreicht werden im S&P 500 und dann kommt es möglicherweise zu einer längeren Korrektur, die dann üblicherweise ungefähr im Oktober, Anfang November dann wieder ausläuft und dann auch im Zuge der US-Präsidentschaftswahlen dürfte es dann eine kräftige Jahresendrallye geben. Wir machen dann weiter mit dem DAX im hier vorliegenden Wochenstart. Ich hatte in den Vortagen schon öfter darauf hingewiesen, dass wir uns hier direkt an dem oberen Fibonacci-Faker befinden und der einen wichtigen Widerstand bildet im Einklang mit dem 10er EMA aktuell im Bereich von ungefähr 18.280, 18.290, 18.300 Punkten in diesem Bereich ungefähr. Da müssen wir nach oben durchbrechen. Sollte dies gelingen, also ein nachhaltiger Anstieg über 18.300 Punkte gelingen, dann dürfte dies natürlich weiteren Aufwärtswillen im DAX generieren und wir ein Long-Signal generieren. Und solange wir uns dann über diesen Fibonacci-Faker und dem 10er EMA halten können, wäre dann auch mit einem weiteren Hochlauf zu rechnen Richtung 19.000 Punkte. Noch ist es nicht so weit. Wir werden sehen, ob wir hier erneut eventuell im heutigen Handel nach unten abprallen. Aktuell notieren wir im frühen Handel im Bereich von 18.270 Punkten, insofern wieder etwas tiefer. Wir werden am heutigen Nachmittag noch neue US-Inflationsdaten erhalten, die um 14.30 Uhr publiziert werden. In der Folge könnte es dann weiter volatil werden für den DAX. Möglicherweise könnte es dann zu einem Anstieg kommen bei positiven Daten oder dann eben bei erneut steigender Inflation auch dann zu einem kräftigen Kursrückgang. Rein technisch betrachtet, im Wochenstart haben wir hier einen Kursrückgang durchgeführt, seit dem Verlaufstuch bei 18.891 Punkte sind durch den Fibonacci-Faker nach unten durchgebrochen und führen aktuell einen Retest durch, eine ganz normale Pullback-Reaktion an diesen ehemaligen Durchbruch hier, an diesen Fibonacci-Faker. Und in der Regel ist es dann so, dass wir dann erneut hier nach unten abprallen und erneut dann abgeben und dann höchstwahrscheinlich Kurs nehmen. Zunächst auf den Bereich von 17.780 Punkten. Das gilt so lange, wie wir eben hier unter diesem Fibonacci-Faker notieren und kein nachhaltiger Durchbruch nach oben gelingt. Das Problem ist aktuell, dass wir außerdem die französischen Parlamentswahlen am Wochenende vor uns haben und in der Folge könnte es dann sehr volatil werden, weil es natürlich enorme Auswirkungen haben könnte auf die Eurozone und auf die Europäische Union, je nachdem, welche Partei dann diese Wahlen gewinnt. Und Unsicherheit ist natürlich immer Gift für die Börse und insofern könnten wir dann möglicherweise am Montagmorgen auch mit einem Gapdown eröffnen und vor kräftigen Rückgaben stehen und dann diesen Pullback hier an diesen Fibonacci-Faker beenden und die Abwärtsbewegung zunächst weiter fortsetzen. Gut, und dann gehen wir eine Zeitebene tiefer in den Tagesschart im DAX. Da sehen wir, dass wir hier einen soliden Boden gebildet haben an der unteren Trennkanalbegrenzung des steigenden langfristigen Trennkanals im DAX und seit dem Verlaufstief bei 17.948 Punkten. Wir könnten nun möglicherweise vor einem weiteren Anstieg stehen. Sollte hier ein Ausbruch nach oben gelingen, haben wir natürlich sehr viel Platz nach oben im DAX. Wir könnten theoretisch auch hier wieder die obere Trennkanalbegrenzung anlaufen. Für spekulative Investoren bieten sich hier also möglicherweise Long-Positionen an, abgesichert werden könnten, aber Achtung, sollten wir mit einem Gapdown eröffnen am Montag infolge der französischen Parlamentswahlen, dann könnte es auch sehr schnell hier zu einem starken Kursrutsch nach unten kommen und die Stops werden dann natürlich erst dann zur Börseneröffnung ausgelöst oder je nach Broker dann auch bereits zu außerbörslichen Kursen, aber trotzdem könnte es dann bei einem Gapdown zu einem deutlich tieferen Ausführungskurs bei den Stops kommen. Sollte ein nachhaltiger Durchbruch gelingen über den 50er EMA, wo wir ja an den Vortagen bereits zwei-, dreimal hier nach unten abgeprallt sind, wäre die obere Begrenzung, der Ichimoku-Wölke, der nächste Anlaufbereich und darüber dann, direkt darüber dann die Widerstandsmarke von 18.550 Punkten. Zum Achten ist, wie ich schon in den Vortagen erwähnt hatte, auch der MACD-Indikator hier auf der Unterseite, wo wir vor einer bullischen Überschneidung stehen. Das wäre dann eher als Stärkesignal zu sehen für den DAX. Wir werden sehen, ob dies dann generiert wird und ob der DAX davon auch profitieren kann oder ob wir dann doch wieder, besonders am Nachmittag nach den US-Inflationsdaten, vor einem erneuten Rücklauf stehen und dann erneut die untere Begrenzung dieses Trendkanals anlaufen. Und dann kommen wir letztendlich zum Zwei-Stunden-Chart im DAX, wo wir ebenfalls ein Pullback durchgeführt haben, hier an die untere Trendkanalbegrenzung, hier auch leicht darüber angestiegen sind und den 200er EMA, das ist diese rote Linie, hier erreicht haben, die derzeit bei 18.320 Punkten ungefähr notiert. Und wie bereits in den Vortagen sind wir dann hier im frühen Handel am heutigen Freitag erneut nach unten abgeprallt und notieren derzeit bei 18.260 Punkten ungefähr, nachdem wir im Tageshoch heute bereits 18.307 Punkte erreicht haben. Sollte die Abwärtsbewegung hier weiter fortschreiten und wir weiter abgeben, wäre der nächste Auffangbereich, hier der 10er und 50er EMA, die dunkelblaue und gelbe Linie, derzeit im Bereich von 18.204 für den 50er EMA und 18.230 Punkte für den 10er EMA. Geht es weiter tiefer, wäre natürlich hier die untere Trendkanalbegrenzung erneut die nächste Auffangmarke und darunter dann die Unterstützung bei 18.000 Punkte. Unter 18.000 Punkte würde sich die Lage für den Dachs enorm eintrüben und dann wäre auch mit einem mittelfristigen Kursrutsch zu rechnen über die Marke von 17.800 Punkte bis ungefähr in den Bereich von 17.500 Punkte. Gut und damit wären wir dann auch wieder durch für heute mit dem ING Markets Morning Call. Ich melde mich wieder am Montag mit dem ING Markets Morning Call und dem ING Markets Schradflash. Ich wünsche Ihnen noch ein erholsames Wochenende. Am Sonntag finden die Parlamentswahlen in Frankreich statt. Das bitte beachten, insofern könnte es am Montag dann volatil werden und eventuell dann auch entweder zu einem kräftigen Kursanstieg oder auch zu einem deutlichen Kursrücksetzer kommen. Das werden wir dann im Laufe des Wochenendes beziehungsweise dann am Montagmorgen sehen. Für heute wünsche ich Ihnen noch viel Erfolg im Trading und dann bis Montag. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.